Nun, was macht Harald, wenn er verliert? Ja, jeder weiß, dass ich nicht sehr sportiv bin. Wenn ich also verliere, bin ich bereit, eine Stunde Aerobik auf dem Kurfürstendamm vor der Gedächtniskirche zu treiben. Und jeder Berliner, der will, kann mitmachen. Harald ist mir so sympathisch, muss ich sagen. Er war vorhin so unglücklich, dass er verloren hatte. Ich glaube, dass ich glaube, ich kann doch noch etwas sportlicher sein als er. Wenn ich also verlieren sollte, dann verpflichte ich mich, dass ich mit ihm in Berlin Aerobik mache. Allerdings erst in der zweiten halben Stunde. In der zweiten halben Stunde, habe ich gesagt, damit er erst mal Zeit hat, sich während der ersten 30 Minuten warm zu tanzen und zu bewegen. Und ich mache dann mit ihm in Berlin am Schluss weiter. Das ist eine zauberwarte Idee. Hallo. Hallo.